Das Hotelpark Bellevue liegt in Luxemburg in Luxemburg. Das Hotelpark Bellevue ist beliebt unter den Gästen, 83% empfehlen das Hotel weiter. 14 Gäste haben das Hotel bewertet und es für gut befunden. Durchschnittlich wurden 4,4 von 6 Sonnen vergeben. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 14 vorhanden vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Service Das Hotel bietet eine gute Servicequalität und wird in diesem Punkt mit 4,9 von 6 Sonnen bewertet. Gastronomie Viele Gäste sind der Meinung, dass dieses Hotel eine gute Küche hat und vergeben hierfür 4,8 von 6 Sonnen. Hotel allgemein Die Gäste fühlen sich wohl in diesem Hotel. Zustand und Sauberkeit des Hotel werden mit 4,5 Sonnen bewertet. Zimmer Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 4,3 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 4,1 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme Das ausbaufähige Unterhaltungs- und Sportprogramm des Hotels bewerten die Gäste mit 1,5 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.